Sport spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Regelmäßige körperliche Aktivität steckt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Der AOK Run & Bike bietet Menschen jeden Alters- und Fitnessgrades die Möglichkeit, gemeinsam Spaß an der Bewegung zu haben. Am vergangenen Samstag gingen viele begeisterte Teilnehmende an den Start. Wir machen hier komplett aus Spaß mit. Wir sind eine sportliche Familie. Auch unsere Kinder nehmen hier an allen Läufen teil. Wir wollen einfach Vorbild für unsere Kinder sein. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir ganz viele Sportler hier treffen, die wir kennen. Das erste Mal. Der Zuschauer ist schon wärmer. Meine Familie läuft immer schon mit. Ich mache aber heute das erste Mal mit. Sie haben mich mit reingezogen. Erstmal ist das ein Top-Event. Das ist jetzt der vierte Run- und Bike-Veranstaltung. Gestern war ein Badekappenlauf gewesen. Die haben wir gemacht. Über 400 Teilnehmer, spitzenmäßig. Das macht eben den Spaß, dass man hier wieder ein bisschen was machen kann, ein bisschen Sport machen kann, wieder mal andere Leute sieht. Und mal sehen, wie das ganze Flee ist. Es ist ja nur ein bisschen verloren gegangen in der letzten Zeit. Und es hat sich jetzt wieder sehr, sehr gut bewährt. Und das Wetter ist auch prima. Also das ist so der Grund, warum wir überhaupt noch mitmachen. Ich meine, wir werden keinen ersten Platz machen. Ich jedenfalls nicht. Aber das Dabeisein ist wichtig. Das Erlebnis steht immer vor dem Ergebnis. Das ist so unser Spruch und das denke ich mal so gut so, finde ich. Das Event ist ein beliebter Wettbewerb, der jährlich im Rahmen der Ostseesportspiele in Kottbus-Wilmersdorf stattfindet. Die Strecke durch den idyllischen Sportpark bot eine abwechslungsreiche Mischung aus Laufen und Radfahren. In einer Zeit, in der Bewegungsmangel zunimmt, setzt diese Veranstaltung ein wichtiges Zeichen für einen aktiven und gesunden Lebensstil. Wir haben im Zusatz bei uns als AOK NotOst natürlich den Zusatz Gesundheitskasse. Und da fühlen wir uns natürlich auch verpflichtet. Verpflichtet in der Weise. Bewegung, Sport ist natürlich was. Und hier sind natürlich super Bedingungen mit den ganzen Bereichen, was der Stadtsportbund hier auch auf die Wege gebracht hat. Und da sehen wir uns eben mit einem Run-and-Bike sehr gut aufgehoben. Egal ob Hobbysportler oder Leistungssportler. Hier konnte jeder auf seine Kosten kommen und neue Motivation für mehr Bewegung im Alltag tanken.